Ja, meine Freunde, wunderschönen guten Tag und App Revenue ist hier wieder am Start und zwar mit der App Cordy 2. Die ist als Demo-Version kostenlos erhältlich und zwar die ersten 4 Level gratis. Ansonsten kostet das Spiel günstige 4,50 Euro und wir gucken jetzt einfach erstmal rein, was uns hier so erwartet. Und ihr werdet gleich feststellen, oder ich werde gleich feststellen, wie ihr gerade seht, dass sich mein G-Sensor wieder mal über den Haufen geworfen fühlt und sagt, so ihr hier nicht, Freunde, ich muss mich erstmal drehen. Und wir fangen stattdessen einfach mal an. Level 1 habe ich schon mal probiert und muss sagen, ich bin begeistert davon. Ich finde es richtig genial. Und es fetzt soweit. Schade, dass er sich jetzt hier geeicht hat, auf dem Kopf zu spielen, aber das macht erstmal auch gar nichts. Der Ladevorgang ist gleich vorbei und es geht jetzt mit atemberaubender Grafik wieder mal auf der anderen Seite los. So, und wenn wir das so sehen, ist das so... Scheiße, das wurde schon wieder gedreht. So, müssen wir mal so machen. Kriegen wir es hin? So. So. Ich muss es mal so ein bisschen schräg halten, sonst wird das hier leider nichts. Und, äh, was haben wir hier Schönes? Ein Jump'n'Run-Spiel. Aka Mario. Bloß, dass es hier Cordy heißt. Mit cooler Musik und echt cooler...